So, hier habe ich mir mein Stitch Bild gekauft in 40x40. Das fand ich so süß. Guck mal. Alles selbst gekauft, unbezahlte Werbung. Guck mal, kann man das erkennen, das Stitch? Mit diesem, ich glaube schon, man erkennt das, oder? Mit diesem leckeren Sommergetränk Früchte Shake. Ja, so niedlich. Genau, die Steine dazu. Guck mal, da sind wieder so coole Farben. Blau, Flieder, blau, dann so Türkis oder was das ist. Und dann hier dieses schöne Bärenrot. Das ist das. So, das Toolkit ist runtergefallen. Moment, muss ich das mal aufheben. Oder auch nicht. Genau. So, okay, ich sehe schon wieder, das Video ist gleich fertig. Also folgt das nächste. Schön dranbleiben. Schön dranbleiben. Schön dranbleiben. Schön dranbleiben.